Oh mein Gott, was? Ich glaube sogar, das hat 100 Euro gekostet. Ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hierauf. Danke, danke, danke. Meinem Kanal, Freunde, back here in Berlin. Wie ihr seht, in meinem schönen Zimmer. Ey, ich hab gestern so lange aufgeräumt. Schaut euch das mal an. Appreciated. Diesen aufgeräumten Look. Wir schauen erstmal, Freunde, wie es denn eigentlich den Nachbarn geht. Lol, es hat geschneit. Es hat einfach geschneit. Schnee in Berlin. Hurra, es hat geschneit. Ja, es ist komplett nass. Meine Socken sind jetzt nass. Perfekt. Berlin, seid ihr gut drauf, oder was? Schaut sie nur an so. Ey, es ist ja mal absolut kalt geworden. Wir schauen mal, Freunde, was denn eigentlich Alpen macht. Ja, Moin. Berlin, seid ihr gut drauf, oder was? Was machst du, Dicker? Ich schreib grad einen Diss-Trick gegen dich. Wolltet ihr den Wissberg hören? Dann auf jeden Fall mal einen Dislike da lassen. Freunde, gleich kommt auf jeden Fall noch ein Special Guest zu uns. Weißt du, wer kommt? Keine Ahnung, jemand, der sich traut, mit dir abzuhalten. Und zwar werden wir heute die krassesten TikTok-Produkte testen. Ich hab wirklich die komischsten Sachen bestellt. Ich bin ultra gespannt, ob diese Sachen alle funktionieren werden. Es gibt auf jeden Fall ein Highlight. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Reaktion von einem Special Guest. Das war auch absolut teuer. Ich würd sagen, Freunde, wir warten, bis der Special Guest kommt. Bis gleich. Freunde, Special Guest ist gekommen. Und zwar der einzig Wahre. Echt so. Yeah. Ist erst mal ne kleine Roomtour. Sehr gerne. Fürcht, ich mach hier rum. Das hier ist die Küche. Freunde, wenn ihr übrigens die ganze Roomtour sehen wollt, ich zeig jetzt nur so ein paar Sachen, dann checkt das gerne ab. Ich hab das schon hochgeladen. Also das hier ist hier wirklich das Highlight. Ah, das sind wir kochen, Wasser und so? Ja. Alter. Habt ihr euch schon mal Hände gewaschen, aus Versehen war verbrannt oder so? Ja, sowas ist echt schon mal passiert. Echt? Okay, das ist die Küche. Dann haben wir hier erst mal den ersten Balkon. Das hat sogar heute in Berlin geschneit. Hier ist das Streamingzimmer. Dann ist hier noch Alpaisernzimmer. Und jetzt das Highlight natürlich, Freunde. Mein Zimmer. Oha. Hier ist der Ende noch weiter? Ja, jetzt noch weiter. Alter, weiter. Hier ist erstmal noch mein Kleiderschrank. Stabil. Und hier ist noch ein eigenes Bad. Mit Badewanne und so. Hier lässt es sich leben, oder? Auf jeden Fall. Freunde, wie ihr seht, wird hier gerade das Film-Setup aufgebaut. Wir haben hier jetzt gerade schon einige Shorts gedreht. Auf dem lieben Echt-Zoo-Kanal könnt ihr das Ganze abchecken. Wurde auf jeden Fall Tabasco gegessen. Alpais macht jetzt auch noch mit bei der Challenge. Freust du dich? Perfekt. Nee. Was Cordel three recom demonstration. Und dir? Ohuck's. Hartle50. Sie Lösen. schulnote wie lecker war es eine absolute minus fünf was wir sehen jetzt hier ready und testen jetzt die krassesten tiktok produkte ich habe übrigens keine ahnung was du geholt hast also überhaupt keine ahnung meintest da sind geile sachen dabei also ein highlight habe ich auf jeden fall das wird also wenn du das nicht komplett crazy findest dann weiß ich auch nicht viel Spaß ich würde sagen wir fangen mal mit dem hier an vielleicht hast du das schon mal gesehen das ist das dauerhaft auf meiner for you page vorgeschlagen und zwar ist das so ein ball kann der fliegen der kann fliegen doch und ich habe das schon gesehen wenn es aber mal gespannt ob der überhaupt funktioniert richtig leuchtet das lange die ganze produkte ein produkt auf das habe ich zwei monate gewartet ja aber das ist auch wirklich sehr sehr krass hier steht sogar obendrauf ich habe mir in die kommentare ob er es cool findet oder nicht ob ich das kaufen würde als das sehen wir sozusagen 67 ist es kann ich noch sagen aber es ist irgendwie es funktioniert nicht so richtig wie es ist es ist kann ja als nächstes wollen wir haben wir hier sein spiel das war auch einfach auf meiner folie die titel werbung machen es hat funktioniert ich habe mir alle sachen gekauft die mir vorgeschlagen das ist richtig geil das ist echt geil das ich bin auch gespannt okay das heißt wir haben jetzt hier die chips man muss jetzt probieren alle rüber zu schießen oder aber echt und das macht richtig spaß ich finde das auch gesagt und vor allem das war ich glaube das war nur zehn euro oder zwölf euro wir machen es ist anscheinend so ein schwebe ding wir haben hier das ding hier wo ist die pflanze die werbung war mit der pflanze da ist keine pflanze dabei das schwebende tabasco ich bin gespannt ob das so geht es da dran das ist das ist das ja ich muss die mitte finden mitte ist gefunden ich glaube sogar das hat 100 euro gekostet ja was mich überzeugt trotzdem das schon heftig fand das letzte wird überheftig okay wir haben das nächste produkt und zwar wie ihr seht das ist hier so ein sieht erst mal aus wie ein ganzer mauler controller weißt du schon was es ist game control es steht einfach drauf okay es ist ein handy controller mit lüfter mit lüfter schaut euch das mal an freunde euer handy wird einfach gelüftet fast an man kann hier so sein handy einsparen und drücken und quasi irgendein game zocken oh mein gott hat aber quasi zwei extra hände äh zwei extra hände wahrscheinlich richtig gut das ding ist geil das ist ja mal richtig geil das funktioniert top das ist echt ultra nice ihr könnt hier einfach ganz normal mit euren daumen laufen quasi und dann habt ihr hier hinten so zwei wie nennt man das noch mal so zwei tasten hier zielen und schießen einfach mit dem hinteren finger ist voll nice also wenn ihr irgendwelche handy games zockt oder so dann würde euch das auf jeden fall einen vorteil verschaffen was sagst du 1 bis 10 wenn man zockt richtig gerne ja 10 von 10 dann wirklich 10 von 10 15 20 euro cooles ding eigentlich erfüllt sein zweck 100 pro yeah freude wir kommen zum letzten und wildesten produkt alle einmal anschneiden hier das habe ich tatsächlich dagegen wirklich shoutouts raus an moritz das habe ich nämlich von moritz im wochen bekommen der hat nämlich immer die crazy krassesten produkte und zwar heißt das ganze tesla coil darf mir das bild mal gucken auf eine grobe vermutung was es sein kann sieht man nachher blitze ich bin sehr gespannt ob du mich überzeugen kannst ich glaube das hier dran das sieht richtig wild aus da drin das war auch das produkt worauf ich so lange gewartet habe aber dafür sieht es auch echt geil aus wir stecken es ein ihr seht hier das ist nicht mal aus deutschland ich habe mir extra diesen adapter bestellt ja alles ist aus ja nicht dass hier irgendwas in luft geht ok klingt was wir sind ready jetzt guck mal guck genau hin ohaa jetzt mach mal was was mach mal ja weißt auch so ok ich bin sicher ja wirklich wirklich du bist doch crazy guck guck fülle kryps s ja du bist hier ist nicht die nächste claro oder so nicht oder nicht ist noch in krägern so stimmt aber es ist bild eine sache gibt es noch auch noch dieses produkt kann und zwar kann das einfach mit bluetooth connection und dann kann das ding einfach so spielen was ich wusste niemals existiert auf jeden fall in die kommentare mich ist euer highlight war das letzte und das tisch genau wir verlosen lebens kamera da aufhört mit diesen beschissenen videos und zwar freunde verlosen wir heute diese bluetooth box alles was wir dafür tun muss folgt mir auf instagram folgt hier dem kanal das dem video ein leichter und schreibt einen kommentar mit eurem instagram name damit ich euch anschreiben kann und ich würde sagen haut rein checkt auf jeden fall max ab er ist in der infobox verlinkt in dem sinne würde ich sagen max das das letzte wort